Hermannstraße Übergang zur S-Bahn mit Verbindung zum Flughafen BER Change here for S-Bahn Service to BER Airport Leinestraße Bodinstraße Hermannplatz Übergang zur U7 Achtung, Türen können automatisch öffnen Please note, those may open automatically Schönleinstraße Cottbusser Tour Übergang zur U1 und U3 Achtung, Türen können automatisch öffnen Please note, those may open automatically Achtung, auf der U1 und U3 ist zwischen Cottbusser Tour und Warschauer Straße ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet A bus replacement service is in operation on the U1 and U3 between Cottbusser Tour and Warschauer Straße Moritzplatz Heinrich-Heine-Straße Janowitz-Brücke Übergang zur S-Bahn Alexanderplatz Übergang zum Regionalverkehr Übergang zum Regionalverkehr Zur S-Bahn Zur U2 und U5 Achtung, Türen können automatisch öffnen Please note, those may open automatically Weinmeisterstraße Rosenthaler Platz Bernauer Straße Volta-Straße Volta-Straße Gesundbrunnen Übergang zum Fernverkehr, zum Regionalverkehr mit Verbindung zum Flughafen BER und zur S-Bahn Change here for Mainline-Rail-Service and Local-Train-Service to BER Airport Pankstraße Osloer Straße Übergang zur U9 Achtung, Türen können automatisch öffnen Please note, those may open automatically Franz-Neumann-Platz am Schäfersee Residenzstraße Paracelsusbad Lindauer Allee Ausstieg rechts Karl-Bonhoeffer Nervenklinik Übergang zur S-Bahn Rathaus Reinickendorf Wittenau Übergang zur S-Bahn